So, und was kommt jetzt? Das wieder, toll. Das Geile ist, der wird ja mit zunehmendem, zunehmender Zeit schneller und schneller und scheiße wird er. Nein! Ach, ist mir doch egal. Sag mal, kann ich jetzt gar keinen Boss mehr killen? Also ich glaube, Sparkman Drill, da war ich noch am, weit, am, am, am nächsten dran, am Sieg. Warum mache ich ihn nicht nochmal? Also mache ich ihn nochmal. Alter, oh, so viel. Ohne Erfolg. Warte mal, Bumpidi Boom. Ach, da mache ich dir wieder den, oder, na doch, mache ich den Horse Kick und da nehme ich jetzt wieder den hier. Bringt mir mehr irgendwie. So, außerdem, ich habe jetzt immerhin zwei so eine Kack Herzteile mehr. Also muss Sparkman Drill jetzt drin sein. Und wenn nicht, dann ist das halt einmal failend für alle und noch mehr. Oh, wir freuen uns. Alle freuen sich. Außer ich. Weil ich mich nicht freue, freuen die sich alle. Nicht wahr? Ihr mögt es doch zu sehen, wenn ich... Oh, Mann. Wenn mir sowas passiert. Bams. Ja. Jetzt mache ich auch mal was kaputt, ne? Jetzt freut euch nicht mehr. Ach, Mann. Zu früh gefreut. Oh, natürlich. Ich muss alles abkriegen. Jetzt muss ich alles abkriegen. Ach. Warum auch nicht? Ich habe es ja verdient. Oh, Mann. Aber ich kriege Leben zurück, ne? He, 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 he. Au. Mann. So. So, jetzt aber. Na, kommt da nicht auch was? Ich wusste, da kommt noch was. Das trifft mich auch. Muss ja alles, muss ja alles seine Ordnung haben. Exidon muss fast drauf gehen hier und... Ah, alle, alle Viecher fliegen auf mich. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber halt. Oh, Mann. Wusch. Und du auch. Oh, mein Feuer macht euch alle platt, ey. Na, außer dich. Na. Ich, ich freue mich schon wieder so, dass, dass dieses Spiel so gut zu mir ist. Da freue ich mich drüber, ey. Es ist... Es mag nicht. Man merkt es. Bam. Ich mag es auch. Deswegen, hier. Mein Freundschaftsangebot für dieses Spiel. Au. Ja, und die Antwort kam. Sie kam. Schnell und schmerzvoll. Bam, 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 bam. Na, komm. Stirb endlich. Ah, Mist. Hat nicht geklappt. Dann eben nicht. Aber ich kriege dich. Ah, ich hab dich. Ne, 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 ne. Ich will durch die Tür durch, aber ich renne gegen die Wand. Ah, so. Hm. Ja, ja, ja. Jetzt. Nein. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Wie mach ich das? Ah, so mach ich's nicht. Ah, so mach ich's auch nicht. Aber jetzt tot. Stirb. Stirb doch endlich, du Vieh. Geh doch. Und dein Leben hast du gedroppt. Das ist sehr nett. Wenn ich nämlich gleich jetzt sterbe an diesen ganzen Viechern, die ja meinen Tod wollen. Ja, an dem Ding zum Beispiel, weil ich noch einen Schuss draufsetzen musste. Ah. Ich hatte schon so einen Gedanken. Springst du jetzt? Schießt du nochmal? Ach, schießt du nochmal, bist du dann eh tot. Dann kannst du wieder nochmal. Ja, so ungefähr sah das dann aus. Ah. Schön gemacht. Schön, Freundchen. Hier, hier kriegst du mich nicht, wa? Hö, 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 hö. Ich bin ja schlaulich. Ja. Und ich mach dich kaputt. Und dich auch noch. Ja. So spring ich mit meinen Feinden um. Ich bin ganz, ganz, ganz böse zu denen. Und ich nehm mir, was mir gehört. Oder gefällt. Ich mach mir die Welt, wie die, wie die, wie sie mir gefällt. Hey, weil... Lila Strumpf. Du, 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 du. Ja. Ah. Wenn denen seine Bazooka auf dem Rücken mal wenigstens ein bisschen mehr bringen würde. Aber nein, tut sie nicht. Sie kann so gut wie nichts. So, jetzt, ey. Meine. Au. Au. Ach, ist mir ja egal. So. Zack. Brauche ich jetzt eh nicht mehr. Haha. Da hast du's. Da hast du's. Oh, ich weiß nicht. Ich mag diese Waffe. Bloß blöderweise gibt's nicht so viele Anwendungsgebiete dafür. Mh. Dich zum Beispiel gibt's als Anwendungsgebiet für die Waffe da. Bam. 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 Jetzt so lange, bis du tot bist. Äh, nun, nun, nun. Sei doch endlich auch mal tot. Das gibt's doch nicht, ey. Au. Blöd. Hier, alle blöd. Ha. Ja. Ja. Würde mich auch gern so freuen wie Vile. Aber ich weiß, wie oft der schon gestorben ist. Von daher. Da. Na los. Ey, dieses Ding. Diese Dinger sind echt nicht so einfach zerstörbar dadurch, wa? Das gibt's doch nicht. Ah, Mist. Ha. Nach oben noch gekommen mit dem Schuss. So. Jetzt kommt mal wieder unser ganz, 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 ganz lieber Freund. Ach. Der Spark Mandrill. Oh. Mit dem haben wir jetzt unseren Spaß. Oh. Haben wir mit dem unseren Spaß. Wir haben so viel Spaß. Wir hauen dem so in die Fresse. Aber richtig, ey. Ja. Ich kenne das Gespräch. Du. Du bist doof. Alle sind doof. Sigma ist doof. Und. Und du magst Sigma. Ja. Du bist sein Schoßhündchen. Sein Affe. Ja. So. Das ist genug. Blöd gequatscht für heute. Huh. Boah. Ey. Das wollte ich auch machen. Nachmacher, Alter. So. Oh. Oh. Fuck. Onji Bonji. Was hat er gesagt? Onji Bonji. Haha. Du kannst mich nicht. Du kannst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Oh. Fuck. Das war knapp. Oh. Ich hab Angst. Vor diesem Vieh. Wozu? Bisher läuft's doch. Bam. Oh. Fuck. Jetzt. Komm doch. Blödes Muttersöhnchen hier. Nein. Ich wusste doch. Irgendwann passiert's. Ah. Oh. Scheiße. Das ging schnell. Alter. Alter. Unser Affenkönig hat doch was drauf gehabt auf einmal am Ende. Natürlich. Das muss ja so sein. Warum auch nicht? Denn ich bin ja bloß, weil eigentlich sterbe ich ja eh am Ende. Ach. Ich spoiler hier. Schon wieder. Scheiße. Sorry. Ja, aber ich mein, das ist, äh, ist doch egal. Jetzt, jetzt müsst ihr das alle wissen. Ha. So. Nur weil ich so fies war. Und weil, weil mir so viel Schlimmes widerfahren ist. Ja. So. Ah, Mann. Wieso klappt das denn nicht? So wie es soll. Und die Bungee. Huh. Erkennst du mich? Ey. Das war, das war aber. Ey, komm. Ich war da 23 Pixel von entfernt, dass der mich trifft. Alter. Jetzt reicht's. Jetzt kriegt der. Jetzt kriegt der aber. Jetzt, ey. Was der jetzt kriegt, das wünscht sich jeder zu Weihnachten, ey. Ah, nee. Das wünscht sich niemand zu Weihnachten. Das könnte er wissen. Ah. Der kriegt, der kriegt die volle Dröhnung, ey. Der kriegt die Krönung von Jakobs, kriegt er. Alter. Ah. Ja. Mach's doch. So, wie du willst. Ist nicht. Haha. Du machst mir nicht Angst. Dö, 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 dö. Au. So. Jetzt, ey. Jetzt zeig ich dir mal, wie du mich fast fertig machen willst. Haha. Au. Ja, au. Du kannst dir das au... Wisst du, wie du das au dir zuzuschreiben hast, wa? Oh, fuck. Uff. Na, langsam sind wir von den Lebenspunkten wohl gleich auf. Bams. Yeah, oida. Jetzt aber. Nein. Fuck it. Das tut auch weh. Ich könnte ihn umbringen. Ich könnte ihn umbringen. Wenn ich könnte. Ich würde. Äh. Was mache ich nur falsch? Mann. Gibt's nicht noch einen Boss, den ich vielleicht besiegen könnte. Den hier? Nee. Schaff ich auch nicht. Oh, einmal Spark Mandrill. Noch. Einmal. Einmal noch. Und diesmal. Diesmal habe ich kein Erbarmen vor dem. Hm. Sonst habe ich mich immer zurückgehalten. Sonst habe ich mich immer zurückgehalten. Ja, ja. Ich habe ihn gelassen, weil er so nett aussieht. Ja. Ich dachte, er ist freundlich und stirbt von alleine. Nischt ist. Ah. Okay. Ich habe mir das jetzt auch nicht geglaubt. Aber es ist für die Motivation ziemlich gut. Wenn man sagt, okay, ich habe noch Reserven. Boah. Der kann mich gleich mal. Au. Naja, wenigstens im ersten, die ersten paar Meter stelle ich mich jetzt besser an. Das ist doch schon mal was Positives, Lobenswertes. Und jetzt ist es auch schon wieder vorbei. So. Hopp. Oh, nö. Nö. Ja. Ich sag doch, es ist schon wieder vorbei. Und na komm, na komm. Na mach schon. Du willst es doch auch. Ja, ich habe es doch gewusst. Du wolltest es. Du böses, fliegendes Gedöns. Wie. Ja, du auch. Du hast mich aber nicht getroffen. Also, bist du beruflich. Ha. Alle, die mich nicht treffen, sind schlecht. Weil, mich zu treffen ist einfach. Ja, wieder was gelernt. Okay. Und ich habe weder meins abgekriegt dort drüben. Ja, man kann es ja mit mir machen, ne. Och. Och, ist das schön. Was? Ey. Ich, ich, ich muss auch noch da drin gefangen bleiben. Klasse. So. Ja, komm. Na komm. Na komm. Zeig uns, was du kannst. Du bist eh scheiße. Na komm. Zeig uns, wie gut du sterben kannst. Nein. Ja. Doch nicht der. Ich meinte meinen Gegner, verdammt. Nein. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich will nicht mehr. Aber trotzdem, mindestens einen Gegner besiege ich noch. Bevor ich hier das Handtuch schmeiße für heute. Das geht ja auf keine Kuhhaut, ey. Oh, wirklich gar keine. Nicht mal auf die von einer lila Milka-Kuh. Wopsa. Ah.